Hier präsentieren wir die 5 besten Whisky Gläser Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Canars Whisky Gläser Seed. Unser einzigartiges Produkt besteht aus Kristall- und auch Glasartikeln, bestehend aus Stilgläsern, Tassen, Wassen und Geschenkartikeln, die jeder Art von Gefühl einen Wert verleihen. Im Laufe der Jahre haben seine Top-Qualität, schöne Handwerkskunst, ästhetische Reize und genialer Stil Canars Crystal mehr und mehr Anerkennung gebracht. Eine Investition in Canars Crystal wird in den kommenden Jahren Freude bereiten. Nummer 4. Colea Whisky Seed Geschenk. 8 Mehrweg-Edelstahle plus BPA-freie Gummizange plus 2 Scott Gläser plus vorhanden Box. Whisky-Sthene, Whisky-Ügläser und auch Eiszangen sind in einer attraktiven Geschenkbox untergebracht. Eine tolle Kombination aus Whisky-Steinen, Eiszangen sowie Scott-Brillen, eine modische Geschenkbox, ein fantastisches Geschenk für jeder Bourbon-Fans. Das Kühlgestein besteht aus Lebensmittelqualität 304 Edelstahl, der den Bourbon ohne Verdünnung abkühlen kann und den Geschmack nicht schadigt, einen reinen Geschmack genießen kann. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Stölzle Lausitz Siedlenkaren Glas 6er Seed. Stabile Form im klassischen Design, mit Bodenlogo Siedlenkaren Glas. Premium Qualität mit langer Lebensdauer, bleihfreiem Kristallglas, positiven Gewicht und Gefühl. Perfektes Geschenkkonzept für Scott-Kliebhaber. Hergestellt in Deutschland mit über 125 Jahren Kundenspezifischkeit in der Glasherstellung, Gläsern mit führendem Preis-Leistungs-Verhältnis, schnell sowie sicheres Versand garantiert. Nummer 2. Glänkaren Whisky-Glas Seed. Höhe 114 mm, Größe 46 mm, Leistung 170 ml, bleihfreies Kristallglas. Trotz des langen Brauchs des Scott-K, gab es nie ein einsames Grundglas. Die Firma Glänkaren hat viel Mühe und Zeit in die Entwicklung dieses Glases gesteckt und wurde 2006 mit dem Sequin des Award for Innovation ausgezeichnet, einer Auszeichnung für Innovation. Das Glänkaren Scott-Glas Seed umfasst 2 Gläser. Geschirrspülmaschine sicher. Und die Nummer 1 unserer Liste. Spiegelau und Nachtmann 4-teiliges Whisky-Set. 4-teiliges Scott-Gseed für die anspruchsvolle Diskussion ihrer Getränke sowie Whisky-Es auf jeder Art von Tischplatte oder Bar. Hohe Sicherheit dank Gewicht 2281 kg, geeignet für einzigartige Nächte. Kristallglas im klassischen Schnitt-Layout, diamantartige Umrisse, ausgeprägte Textur, feine, perlenfreie Kante, schillernde Brechung. Optimierung der Sinneseindrücke, Wachstum des perfekten spirituosen Aromas sowie exzellente Befriedigung von Cocktails, Fokus auf das vielfältige Mundgefühl, makellos abgestimmt auf zeitlose 4-CL-Skrotk. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.